Das war alles entschlagbar, Männer. Wenn der Sarisch wird, müssen wir die rasieren. Das hat echt gut gepasst. Der Spruch. Alter, Linzelona, der übt die Hängetitten. LOL. Äh, Atlas, ne? Suchen und zerstören. Oh, der Ma, Waldmannsheil, ne? Da? Balle. Ich hab gesagt, bitte. Ja, ja, Balle. Na, Doktor, pass auf, hier gibt's auch wieder Lächer, ne? Das Ziel verteidigt. Die sind schon hinten bei uns durch, Alter. Einer ist Yellow, wie das? Ja, Yellow. Na, beide Yellow. Hab ich nur einen Hit gegeben. Beide Yellow. Alter, der war innerhalb von 10 Sekunden hinter mir, ne? Bei uns im Spawn war der. Noch einer, noch einer. Aber noch ist es nicht vorbei. Fuck. Und da hat er auch noch aimen. So eine Scheiße. Man, die direkt mal in B, go, Alter. Ja, halt unarbeitet, ne? Einer ist oben, auf dem Sitz-Dach. Einer schwebt in der Luft, aber... Ja, der hat mich... Eier, das gibt's doch nicht. Eier, das gibt's doch nicht. Eier, das gibt's doch nicht. Ein One-Shot. Einer ist oben über B drauf. Oh, noch eine, noch eine. Nick Wow Wie viele Tilek er gerade hatte Er spielt halt echt direkt in der zweiten Runde mit der Arm in die, ne? Wer? Der Typ Achso Der eine Sniper, der hat Schwebemodus drin, der ist da Voll geschwebt, ey Geschwebt wie Petri? Ne, Petri war gefliegt Wie wolle Petri? Petri war gefliegt, der war nicht geschwebt Suchen und zerstören Das ist dein Unterschied Von mindestens 40 Grad Komm auf A Oh, einer hat mich da schon übel angehittet Tunnel Ah, der hat mich Ah, scheiße Einer noch Der war im Spawn irgendwo, pass auf Wo ist der? Oh, Yellow, oben Boah, Alter, oben, Yellow, ja Der geht durch, der geht durch, da Boah, Alter Ich hatte so einen Sternen-Aim Um das mal zu umschreiben Woowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow Der Sniper? Der spielt wieder da, oder? Ja, ja. Ah, der ist zurückgegangen. Oben, top! Einer kommt vorne schon. Einer schon ziellos! Ah, vorne zwei Stück, drei Stück am Truck vorne. Drei. 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 Schärft der nicht? Der entschärft doch, oder nicht? LOL. Toll. Ich hab den nicht gesehen durch die ganzen Leichen, alter. Toll, alter. Ich hab den durch die ganzen Leichen nicht gesehen, das hoffe ich. Tut mir leid. Ja, passt. Das Ziel verteidigen. Einer ist Mitte. Down. Boah, auf A. Und einer top, hinten in Spawn gehüpft. Noch zwei. Hab den, hab den, hab den. Bei uns Dach, Kommando. B-Dom, äh, B-Bombe, sorry. Ja, der ist dann noch im Eck gewesen, bei B drin. Daußen. Oh, ich hab keinen Aim. Jawoll. Hab ich. Boom, ey! Boom, ey! Alter! Da kommt das Energie-Dauerstel. Mach. Das war deine Werbung, ja? Oh! Ey! Ey! Suchen und zerstören! Das Ziel zerstören! oh der muss doch fallen vor und mittel zwei stück einer ist kommando top an der a-bombe fuck headwalk headwalk oh eine noch eine Besser! Catwalk! Wow, nice! Puh! Hat doch übeles Fail-Aimer an der Anfang, gell? Wer der, du? Ich? Ja, zum Glück! Das Cordon Bleu, was da gesprochen hat gerade Wir suchen und zerstören Ein Glück, da hast du recht Letztes Jahr war doch noch weitergegeben Das Ziel verteidigen Barscha auch noch am Start Ich war weit entfernt Im Yellow unten, in dem Raum Ach, nein Hinten, Backup! Ja, der hat mich vorne, Alter Der hat AIM gehabt, sorry Einer geht auf die A-Bombe Bei uns im Spawn Ist der Inpex zu weit vorgepusht Ich hatte keinen AIM, sorry Die Bombe wurde platziert Mando top Mando top 2 Stück Mando top Ich wusste schon, dass der da oben ist, aber... Der sieht mich nicht. Sorry, ich bin grad ein bisschen... Egal, Cleo, einfach weiter. Komm. Der läuft grad nicht. Läuft grad nicht, so wie gewollt. Suchen und zerstören. Egal, hast du einen Kill. Let's go. Der Sack. Oben der Frack. Nein, das war der Einer. Zwei. Legt direkt. Gehittes Kommando mit EMP. Hinten. Bleibt, bleibt, bleibt. Chilled. Einer. Guckt auf die Bombe. Mitte Mitte Weak, One-Shot. Ace! 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 Huuh! Ah, nur weil ich schon in der Wii geschossen hab, gibts doch zu. Gehittes Kommando mit EMP. User in your channel, time down. Oh, rein, Panisch! Na ja, das war EMPX. Hehehe. Seitenwechsel. User in your channel... Langsam bin ich das nicht mal lustig hier. Hehehe. Suchen und zerstören. Das ist schon angenehm. Ja. Das Ziel verteidigen. Einer war Yellow. Hinter Yellow obendrauf. Der guckt da rum, der springt da. Ja, einer ist noch Yellow. Ah, die waren da alle! Yellow? Waren da mehrere. Top Yellow. Top Yellow. Habe ich einen? Nein, nein, nein. Alle haben spawnen. Yellow drin. Habe ich. Yellow letzte. War das ne Leiche oder war das der Typ? Oh, komm zu mir. Der war tot. Der springt hoch, der ist Yellow Top. Der ist bei B, bei B. Yellow Top oder sowas. Oh, chill. Ja, ich. So, ich. Aber bei A? Geht zu A, da, geht zu A. Doch. Im Spawn war er noch. Da geht oben Top Yellow. Hat gerade die Bombe geholt. Ja, Top Yellow war er. Meinst du das schaffte noch? Nee, scheint er nicht geschafft zu können. Schafft er nicht mehr, schafft er nicht mehr. Oh. Sauber. Jawoll. Schön. Nice. Wie er sich geht voll langsam. Baller den! Gut, Jungs. Ich hab sogar einen Kill gemacht die Runde. Ist das nicht geil? Aber nicht, dass du jetzt abhebst, ne? Ja doch, ich wollte eigentlich durchballern jetzt. War ein derbarer Angriff, fand ich. Auf dem Bach. Ja. Dach? Ja. Da ballert's auf dem Dach. Wisse, ich weiß was, ich hab die falsche Musik an. Ah, jetzt! So Einschlafmusik oder so. Ja, bestimmt! Ich hab die Unicorn einfach mit 10-Stunden-Version. Die war Sand, Mann. Weiß? Ich stehe kein Wort, dinge. Suchen und zerstören. Man die ganze Zeit hustet. Ich versuch mal nochmal Krankenhaus, ne? Ja. Schau mal wie's hier läuft jetzt. Ich muss genauso rasieren. Off. Das Ziel zerstören! Einer B. Einer auf B nur. Einer Treppe. Ist das schon rein? Der ist weak im Krankenhaus. Einer ist B. Drin. An der Treppe, an der Treppe irgendwo. Alter, Klero. Ah, lol. Was denn? Ich hab dir doch geredet. Einer auf Richtung B-Dom. 2-1-1. Ne, das ist down. Bleib zusammens. Green. Oh, Green weak! Geht nach hinten raus. Häuser! Woah, Junge! Alter, was die Reaction. Ich hab mich voll erschrocken wie im Horror. Übel! Was meintest du eigentlich da in der Mitte, Doc? Was sind denn da? Ich muss mir die kugelsichere Weste wieder raus machen, Alter. Ne, ei, ähm. Das Zuschauen. Ich konnte grad kurz, äh, so frei rumschweben. Seitenswechsel! So eine Sekunde. Frei rumschweben? Echt? Wie freie Kamera. Gäste geflogen, oder? Ja, bei den, aber der Spot hinter uns jetzt hier, ne? Ja, was? Ja, ja. Ja, das ist ein Fehler von COD. Boah, was ist denn das? Boah, hier kommen Nades auf die Straße, Alter. Hinterm Krankenwagen. Hab einen angefragt, ja, hab den da angefragt. Also, angedinkt. Ich auch. Einer schon vorne bei A, jawoll. Hab den. Mach mal angefragt. Da war noch einer, da waren zwei, ne? Der ist zurück und spawnen, ja, hier. Einer noch im Spawn. Bei A ist weak. Ja, lass die, Glero. Ja, ich bin hier gefangen quasi. Hab den A noch mal angeschossen, die sind beide hinten bei Yellow im Spawn. Lass die einfach. Die hinter der A-Bombo. Jetzt Yellow, hinten Yellow. Ja, der hat mich. Alter Jungs. Können die ins Krankenhaus? Fragezeichen. Fender. E. B. Ist rein in B. Straße. Sind beide Straße. Parkhaustüre, Parkhaustüre rein. Ja. Der kann nicht mehr legen. Und geht einer zu B rein, Doc. Oder. Der kommt, der kann nicht mehr legen. Doc, verpiss dich in Spawn. Häng ihn ab. Schiss. Loll. Ich hab auf B geguckt. Weil ich dachte mir direkt. Alter, hättet ihr euch beide noch geholt. Dann wär ich ausgeflippt, alter. Ja. Ich hab gedacht, der nächste. Dann hab ich euch einen reingeballert. Loll, was ist denn das für eine Knarre, Alter? Was war's? Was ist denn das für eine? Die hat noch mehr Power. Die haben wir hier. Alter. Die Wurmhaut war richtig. Die ist ja noch schlimmer. Jawohl. Suchen und zerstören. Ja, wir sind freut. Die werden uns jetzt denken, wir werden, ich will die gommeln oder so. Will ich auch. Das Ziel zerstören. Krankenhaus lass ich panisch. Fick da heute nix hin, ne? Ja. Eine B. Eine B durch. Loll, ich bin weak im Yellow. Ich bin weak. Ja. Ab vorne. Einen hinter der Treppe. In der Mitte. Ja, der hat mich. Ah, das gibt's nicht, alter. In der Treppe vorne. Der hat auch nen M.G. Hahaha. Den holst du. So, bei 3 und 3. Niemand im Krankenhaus. G Assert. Grasse Treppe. Green. B nach B. B, B, B. B letztes. Jawoll. Zauber Jungs! Ach haha. Alter, ich hab das voll gerissen. Boom! Eeeeh! Boom! Eeeeh! Green. Hlaut! Das gibt Krieg. Ich habe mein Fax die Killkale geklaut. Rock hier voll ab, Alter. Da muss ich mich bei Dauern feststellen. Ich snipe von der Straße auf den A-Spot. Wäre gut, wenn einer einen Dingsbums-Safe macht. Einen Krankenwagen. Ja, mache ich. Einer war in Yellow. Einer war Krankenhaus. Krankenhaus habe ich. Vorne A-Spot. Krankenhaus-Spawn. Ah, nee. Noch einer drin. Hab ich. A, am A-Spot an der Tonne. Zwei Stück noch. Wieder zur Rückrichtung Spawn. Einer ist in der Mitte. Der boostet hier lang. Ja, der ist... Parkhaus-Eck. Oh, fuck. Der ist down. Einer übrig. War noch einer. Parkhaus, letzter. Jo. Ich bin auch weg. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin Metro. Da, immer noch. B-Dom. 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 Parkhaus, vorne. Hau ab, hau ab. Ja, ich... Ja, ich... Er war One-Shot. Er war nicht mal One-Shot, Alter. Lol. Er ist Speed-Home drin. Über dir. Oh mein Gott! Oh, Jungs! Alter, dass ihr es auch immer so spannend machen müsst. Das liegt uns am besten. Wir haben am Auto langsleidet, Alter. Nice connection, Bro. Sauber. Du, Zeit für die Rache. Für letztes den Loose. Suchen und zerstören. Das Ziel zerstören. Ich hab jetzt was ausgepackt. Einer B. Am A-Spot gehittet. Einer B-Dom durch. Wieder zurück. Drei Leute... Zwei Leute auf A. Einer Death, einer Green. Was? Oh, Alter. Einer Parkhaus. Die Russianen fahre ich gleich. B-Dom. Einer B-Dom. Links außen bei Abus liegt auch noch lang. Na, Yellow kann einer in der Hau sein. Metro noch. Yellow kann da einer drin sein, Klero, ne? Der liegt da, Alter. Nur noch vier. Oh, der Ende ist. Rechts hinter dir. Rechts von dir. Rechts von dir. Ja, 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 ja. Noch zwei. Du hast noch deinen Overcharge. Ja, challenge dich irgendwie, Klero. Ja, das wäre so cool, Alter. Ja, das wäre so cool, Alter. Dann hätte ich eine Klero gefeiert. Keine Ahnung, ob der jetzt da den Spade weggesprayt hat. Ich versuche noch einmal einen Dingsbums rein ins Krankenhaus punish, ne? Das Ziel verteidigen. Erste, ich versuche noch eine Klero gefeiert. Nein. Und noch einer. Der ist hinten im Spawn. Alter, du macht mich so nervös! Warum steht er für bei eins? Ich hab jetzt schon wieder einen Doppel-Nate, also mit zwei Nates zwei Kills gemacht. Langsam hab ich's raus, wie ich die da werfen muss, die Pisser. Nice! Warum spielen die eigentlich alle mit diesen Kaltblütig da? Nein, weil wir alle mit Thermal spielen. Ich hab auf Recovery mit Thermal-Sniper gespielt. Aber ich hab meine Amelie hier erst ausgepackt. Ah, stimmt. Stimmt. Ah, dann war ich schuld, wahrscheinlich. Oh, Schema auf Doktor. Aber haben nicht alle kaltblütig drin da? Nein. Krankenhaus ist wieder auf dem Punisher. Ein RB vorne. Am A-Spot. Ja, bleib, bleib, bleib. Oh, der ist übel, weak fire! Todesweak! Einer noch Krankenhaus drin! Ja, ich weiß. Ich hab's abgeaimt. Am A-Spot, ich bin weak. Oh, was? Hinterm A-Spot. Todesrot! Oh, Gott! Und einer war noch Krankenhaus drin. Pass auf, Doc! Helfen, Nibbles. Ja, genau. One-Shot in Krankenhaus. Einer Krankenhaus drin, denn noch? Sollte übrig. Der war noch krisch. Hat er schon den vorhin angeschossen hinter der Bombe, Doc? Ne, eine Kugel nur. Und ich glaub, die noch durch die Bombe durch. Oh, den doch. 20 Sekunden. Das ist in dieser Ecke. Wir haben den Kampf verloren. Ja, auf dieser Barriere da. Der verschmilzt quasi, dieser Oktopus. Mhm. Mhm. Seitenswechsel. Ganz ohne Wasser, kommt. Lass sie penetraten. Suchen! Hier noch ein Krankenhaus. Ich hab leider nicht den... Painthrow-Dildo. Hast du gehört? Was? Ich bin im Krankenhaus. Ja. Ja. Einer durch. Straße. Wir machen. Der Speedum oder so, ne? Wenn du den nicht hast. Oder hast du den? Einen habe ich. Parkhaus. Speedum nix gehittet mit der EMP. Glaub, die machen entweder übel Death oder Bäre. Ah, die ne. Ah, Parkhaus gegeben Pete. Hinten im Spawn gehittet. Einer war Parkhaus unten, oder war das Nippels? Das war Nippels, ne? Loll, Parkhaus. Ah, Parkhaus ganz hinten, Alter. Einer noch. Einer noch. Schaff da. Bleib zusammen. Oh, das... Alter. Guck auf die Minimap, Mann. Ich bin... Ich hab hier ein dinges Gerät entstanden. Das musst du auch rausschneiden, Alter. Guck auf die Minimap, Mann. Ah, der ist er. Ja. Jawoll, Alter. Geiles Ding, Jungs. Easy XP. Oh, darf ich das sagen gar nicht? Easy XP. Easy XP. Alter, die hatten... Wisst ihr, was die für Stats hatten, Alter? Ach, ich sag's euch. Wir liegen in Führung. Genau so macht man das. Zurück zur Basis. Das heißt ja, die folgen die guten Stats eigentlich. Alter, die hatten... Sechsen... Ne, das sind wir. Die hatten 29 zu 9. Läuft. Läuft. Bye.